Ja, der weiße Airdrop, der ist ja so rechts vom, vom, vom Turm. Ja. Ja, ich bin an der einen, ja, an der Mulde, die vom Wasser ans Land führt, da bin ich. Genau parallel zum Turm. Klingt nach der Stelle, wo wir gestern gesessen haben und auf Irren geguckt haben. Scheiße, schild, ne? Da müsste aber drüben auf der Landzunge sein. Aber es läuft hier flüssig, das kann man schon sagen. Ja, okay, ach. Level up. Woxi, wo bist du? Auf dem Weg zum Lager. Ablagen. Ich bin jetzt fest. Dino ist voll, ich bin voll. Boah, ich hab einen Airdrop bei mir, ist ja geil. Äh, wurde es gerade. Ja, ich war gerade Dino-Snack, das stimmt. Hier ist einer bei mir. Für den. Ich? Hä? Was war da drin? Wasserflaschen und so. Und Sleeping Bags. Hast du zwei Wasserflaschen drin gehabt, oder? Ja. Sleeping Bag. Äh. Wasserflasche. Läuft, Alter. Ich bin irgendwo anders, glaube ich, gerade gelandet. Dahinten sind Dings, sind Traptoren. Bist du die jetzt schon 10, oder was? Äh, Wox? Bist du das auf den Triceratops? Nein, das bin ich, Tina. Ja. Hallo? Schön für dich. Optisch nicht? Ja. Ah, ja, hier. Ah, lad mich mal im Vibe ein. Ach, scheiße, ich kann dich nicht pfeifen. Guck mal, Mann. Nee, kann ich nicht. Hat Smokes gemacht. Nee, den hast du gemacht. Warte mal, ich kann dich gerade nicht anwählen. Warte, ich geh mal hier ein bisschen weg. Nee, ich kann nicht E drücken. Geht nicht. Oh, ich hab 50 FPS gerade. Ja, ich kann nicht auch einladen. Bin gleich wieder bei euch, Smash. Jetzt mach nochmal E. Nee, ich kann die E machen. Warte mal, ich schluck mal aus. Mann, ich nehm immer so viel Schaden, um diesen Scheiß erst ein Tool zu machen. Ja. Die Admin-Rights mal gegeben, Jan. Darf ich dich töten? Nein. Dann ist er ja. Muss erst mal. Bin so heiß wie ein Gold. Lauf bei dir. Ich bin gleich wieder da. Ja, die. Ah, wollen wir Bronto killen? Ja, genau. Ein T-Rex ist nur 200 Steine. Ich glaube, so ein Bronto ist wahrscheinlich nur 400. Irgendwie für ein Steine. K.O. hauen. Steine nennst du. Ach, du hast mich zum Ordner gemacht gehabt. So. Okay, also kannst du nur... Ich hab dir Admin-Rights gegeben. Okay. Okay. Okay, warte. Bin ich drinne? Wow. Ja. Ohohoho. Fuck. Ich lauf weg. Willst du was zu essen? Oder der Dino? Warte mal kurz. Ich tu mal der Dino ein paar Bären rein. Na ja, du geh mal wo Bären raus. Vielleicht hatt ich doch das Liebling wegleicht bauen sollen. Hallol. Na, ich bin hier wieder gespawnt. Cool. Ich hab meinen Card bei Looten. Wo ist denn meine Leiche eigentlich von vorher? Warte mal, Tina. Ja. Weiß nicht. Aber hier ist kein Third Person wieder, ne? Ach so. Aber danke. Wieso drück doch K? Wenn du K drückst, geht das. Nee, mit, mit Sprawl mein ich. So, so meinst du. Die Third Person finde ich auch zum Katzen. Ja. Komm ich kann. Aber es gibt noch eine andere Third Person. Aber die haben sich hier ausgeschaltet. Ja, ich würde mir auch gerne einhalten. Alter, der Kano wollte mich gerade angreifen. Aber dann habe ich ihn auf den Dings gelockt. Den, wie heißt es? Diesen mit dem Schulterplatten. Lickenplatten. Dego. Dego, genau. Den haben wir auch schon. Wo seid ihr denn jetzt, Flex und Smash? Äh, am Wasser. Was möchtest du? Ich möchte auch ein Dino heiden. Heiden? Du Heide, du. Ja, heiden. Warte, war's gut. Alter, der Kano geht da oben voll ab. Willst du hier so einen Prizeran-Tanz-Tower? Bin hinter dir, Flex, ne? Äh, ja. Weil mit denen kann ich gut lernen. Bin hinter dir. Ähm, ja. Oh, Achtung, Kroko, Kroko, Kroko. Ist ja der gleiche Typ. Ja, ja, der gleiche Kroko. Wo am Wasser seid ihr denn? Äh, nee, ein grüner Turm. Da ist auch ein grüner Erdorf, daneben. Ja, der können wir nicht looten. Wir suchen mal eine Schildkröte. Nein, oh, da ist ein Thrice. Aber ihr seid immer noch West 2, ja? Ja. Also ich bin da gespawnt, wo wir Flex, wo wir Feuer waren. Und da, wo wir gestorben sind, wo der Kano Enrage geht, da bin ich jetzt so. Au, wieso ist er eigentlich mainboostet? Aua. Wääääh. Ja, jetzt greift meiner natürlich an. Boah, hier ist ein Raptor. Oh. Gar nie killt, ne? Ja. Immer mal mit rüber. Die Einstellung. Kannst du den mal so einstellen, dass er passiv ist? Äh, warte. Ich hab erst erst mal so. Mini Dodos. Ja, danke, dass der nichts angreift. Ja, der ist eingestellt. Ja, ich komm mal hier. So, warte mal, schnell mal. Meine Schleuder. Sende das. Brauchst du noch Steine? Ne, ich hab alles da. Okay. Oh, da ist ein Raptor. So macht man das. Und so. Kommen wir mit drauf? Na, noch nicht. Warte mal, bis ein fertig ist. Ach, Mann. Oh, der eine ist tot. Scheiße. Ich hatte gehofft, der Sarko wird sterben. Jetzt isst er der andere auch. Jetzt hab ich immer noch einen Raptor, oder was? Oh, oh. Ich hab noch keinen Steinschleuder. Ist doch ein Scheiß, oder? Wenn ich jetzt... Ihr seid bei dem AirDrop, bei dem grünen Turm. Oh, wir sind jetzt schon weitergelaufen. Lech, wo bist du? Land, die Sarko laufen nicht mehr noch hinterher. Kann er mich angreifen? Oh, ja. Flasche. Wo ist der andere? Der kommt da. Der kommt von hinten. Bock da irgendwie. Ich bin hier gerade bei dem AirDrop. Der ist irgendwie bunt. Der hat mehrere Farben. Regenbogen. Ja, genau. Das ist Level 0. Echt cool. Oh, shit. Mein Gehirn ist kaputt. Jetzt kommt er. Oh, was brauchst du denn für Reparierung? Oh, ist es neblig gerade. Fiber. Oh, der ist Level 26. Oh, cool. Oh, shit. Hier ist ne Kragenechse. Wo bist denn du? Und die ist nicht alleine. Oh, fuck. Hat eine schon gewonnen? Scheiße, wieder der andere. Soll ich da immer nicht mehr auf Passiv machen? Mann, wo seid ihr denn? Achtung. Coco kommt. Wo ist mein Track? Wo ist mein Track? Na, hier. Ja, ich stehe nicht. Das ist absolut neblig. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab mir jetzt auf neutral gemacht. Scheiße, ich bin tot jetzt. Nehmen wir mal. Ah, gut. Oh, nein. Jetzt kommt der andere Track an. Scheiße, ihr müsst mir jetzt mal verraten, wo ihr seid. Ich hab ja auch so, dass ich euch auch finde. Gerade ist echt scheiße. Ja, aber irgendwas muss doch bei euch in der Nähe sein. Der grüne Turm. Immer noch. Ja, da laufe ich ja gerade drauf zu. Aber links, rechts, davor, dahinter, drüber, drunter. Gute Frage, gerade. Ist das Wasser rechts von euch oder links von euch? Äh, unterschiedlich. Da wir uns drehen und so die ganze Zeit, ne? Wenn ihr Richtung Turm guckt, meine ich. Ja, ist das Wasser? Ja, links. Also seid ihr auf der rechten Seite davon? Okay, da bin ich. Muss ich dann nur noch irgendwie hinkommen. So, rennt mir jetzt noch irgendwas nach. Bill oder irgendwas anderes. Das ist was. Mal Feuer bauen. So. Ich mach mal ein Lagerfeuer und mach mal Essen, ja? Ja, ich weiß nicht, ob dir jetzt noch irgendwelches Zeug kommt. Ja, Basti, da sagst du was. Ach, äh, scheiße. Bull fällt aus wegen Bodennebel. Ich mach jetzt hier. Hau ab, du Pisser. Dann können wir hier beim Mörser da rechts an die Wand noch einen Schrank hinbauen, dass wir da das Mörser-Material reinbauen. Können wir mal, ja. Wenn ich jetzt nicht sterb, weil mich die Scheiß krank von seiner angeht, ja. Na, dann komm, komm her. Äh, ich hab hier noch meinen Speer. Ja, ich komm nicht weg. Ich bin noch beim Feuer. Lex, wo bist du? Ich bin immer noch, ich bin weitergelaufen am Strand, aber nicht so weit eigentlich. Wollen wir zum Turm mal hingehen, dass wir ihn da abholen irgendwie? Ja, ich bin, wenn ihr euch umdreht und am Wasser entlang guckt, da bin ich gerade irgendwo. Ich bin hier aber auf so einem Hügel. Kann man in Wasser springen, ohne sich zu verletzen? Ja. Aber auf jeden Fall ein Krokodil, dann bin ich noch am Arsch. Okay, perfekt. Ich guck gerade. Ja, die Karte hat ja echt von Server zu Server übernommen worden. Ja, Roland, schmeiß erst mal das Material einfach irgendwo rein. Die man angucken kann, die Karte, meinst du jetzt? Auf M? Ja, genau. Eigentlich schon. Die Marker sind noch alle da, die ist genauso aufgedeckt und alles. Ja. So, also ich laufe jetzt auf den Turm zu, Wasser ist links von mir. Wir müssen uns bald sehen. Ja, ich bin hier gerade bei einem Bronto. Im Bronto sehe ich aktuell keinen. Ich sehe nur einen Flugsaurier und rechts neben dem grünen Turm ist direkt ein grüner Dings. So, ich habe auch bloß einen Lasser beim Airdrop treffen. Ach. Voll jung. Beim Airdrop, okay. Ja, ich sehe euch. Ihr seid links auf der anderen Wasserseite, kann es sein. Einer von euch ist gerade ins Wasser gesprungen. Ja, ich springe gerade. Ich schwinde gerade rüber. Bei so einer Schildkröte, ne? Ja, ich sehe Flex. Ich sehe Flex, der ist links von mir. So, okay. Flex habe ich schon mal gefunden. So, wo ist denn hier? Da ist schon Bären reingeschmissen. Ja. Ich habe was gefunden, Flex. Bei dem Airdrop. Ah, da dauert es doch länger. Wo ist der andere jetzt hin? Nash? Ich laufe zum grünen Airdrop. Der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg, ja. Wenn er Kotikbeeren reinschmeißt, ähm... Aber der war doch hier oben irgendwo. ...geht sein Fressen runter. Ich habe übrigens schon was für eine Hütte. Ja, was zu Fressen reingeht. Okay. Dauert das mit der Powerleiste so ewig lange, weil er dann mal wieder Fressen verliert. Dann kriegt er wieder durchs Fressen muss dazu. Wenn ihn einmal aushungern lässt, und es schmeißt dann voll, dann frisst er in einer Tour weiter. Dann ist er auch fertig, wenn er alles fast aufgefressen hat. Ähm, hast du noch ein paar Steine? Ich? Ich. Ähm, jo. Fertig für dich. Warte. Jo, hier. Ich bin direkt am Turm, ja, oder? Boah, scheiße. Ich muss das Essen, ey. Ja, fast auch. Oh, jedes Mal das Gleiche. Good out. Warum kriege ich denn nicht ein Wood, alter? Ich kann es auch erst mal, ähm, nehmen. Ich habe noch sechs Essen. Bist du echt an dem Turm jetzt, oder was? Sechs? Wo bist du? Sprintest du die ganze Zeit, Flex? Ich mache jetzt mal eine Fackel an. Vielleicht seht ihr mich dann. Du bist so mega schnell. Man bräuchte einen Dauer-Flairgun. Ich bin jetzt ab der Ecke von das, ich kann reinspringe zum grünen Ding, ja. Oh, da geht's ganz schön tief runter, und da ist ein Megalo. Seht ihr mich nicht, ich habe eine Fackel. Nope. Wir sind genau beim Turmchen. Ja, ich bin auch beim Turm. Ja, aber. Ich bin auch bei einem Gott. De Ah PAUL25.